Schatz Jeden Tag geht es weiter, jeden Tag immer wieder, stehen wir auf und folgen dir nah, du machst uns frei, du machst uns frei. Jesus, du bist, Jesus, du bist unsere Freiheit, Jesus, du bist, Jesus, du bist unsere Freiheit. Kein Schatz auf dieser Welt, nichts ist es wert, es lässt uns deinen Weg versperren. Wir lassen alles los, nichts hält uns auf, fest auf diesem atmen Weg. Jeden Tag, jeden Tag etwas weiter, jeden Tag immer wieder, stehen wir auf und folgen dir nah, du machst uns frei. Jesus, du bist, Jesus, du bist unsere Freiheit. Jesus, du bist, Jesus, du bist unsere Freiheit. Jesus, du bist, Jesus, du bist unsere Freiheit. Es gibt nur einen Weg, Jesus, du bist unsere Freiheit. Es ist die eine Wahrheit, die uns Hoffnung gibt, und eines Tages werden wir bei ihm sein. Es gibt nur einen Weg, Jesus, du bist unsere Freiheit. Es gibt nur einen Namen, der zum Vater führt. Es gibt nur einen Namen, der zum Vater führt. Es gibt nur einen Weg, Jesus allein. Es gibt nur einen Weg, Jesus allein. Es ist die eine Wahrheit, die uns Hoffnung gibt, und eines Tages werden wir bei ihm sein. Es gibt nur einen Namen, der zum Vater geht. Es gibt nur einen Weg, Jesus war der Weg. Es ist die eine Wahrheit, die uns Hoffnung ging. Und eines Tages werden wir bei ihm sein, Jesus. Diese alle, diese alle. Musik We've waited for this day, we're gathered in your name. Calling out to you, your glory like a fire, awakening desire, will burn our hearts with truth. You're the reason we're here, you're the reason we're singing. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart. Fulfilling every part of our grave. Your presence in this place, your glory on our face. We're looking to the sky, descending like a cloud. You're standing with us now, Lord unveil our eyes. You're the reason we're here, you're the reason we're singing. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart. Fulfilling every part of our grave. Show us, show us, show us your glory. Show us, show us, show us your glory. Show us, show us, show us your glory, Lord. Show us, show us, show us, show us your power. Show us, show us, show us, show us your glory, Lord. Show us, show us, show us, show us your glory, Lord. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart. Fulfilling every part of our grave. Oh, God, no heaven, we want to see you Oh, God, no fly, baby, oh, my deliver Blowing from your heart, filling every part of our praise Show us, show us your glory Show us, show us your power Show us, show us your glory, Lord Show us, show us your glory Show us, show us your power Show us, show us your glory, Lord Show us your glory show ok schon schon was your glory show show us your glory oh Oh Herr, das ist wahr, du bist der Grund, warum wir hier sind. Du bist der Grund, warum wir singen. Herr, dir wollen wir alle Ehre geben. Du bist unser Gott, du bist unser König. Herr, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Du bist mir, ich, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Stürmen deiner Güte zu. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flüge zu. Wir singen Majestät, du trunst in Herrlichkeit. Deine Güte werden ewig. Wir verändern dich, denn niemand kommt hier gleich. Du bist unser Gott, du bist du. Du bist mein, ich, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Stürmen deiner Güte zu. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Und tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flüge zu. Wir singen Majestät, du trunst in Herrlichkeit. Deine Güte werden ewig. Wir verändern dich, denn niemand kommt hier gleich. Du bist unser Gott und König. Singen Majestät, du trunst in Herrlichkeit. Deine Güte werden ewig. Wir verändern dich, denn niemand kommt hier gleich. Du bist unser Gott und König. Wir erheben deinen Namen, Herr. Wir verändern dich, denn niemand kommt hier gleich. Wir verändern dich, denn niemand kommt hier gleich. Wir erheben deinen Namen, du trunst in Herrlichkeit. Deine Güte werden ewig. Deine Güte werden ewig. Wir verändern dich, denn niemand kommt hier gleich. Wir verändern dich, denn niemand kommt hier gleich. Du bist unser Gott und König. Du bist unser Gott und König. In the end of this world, in the end of this world In the end of this world Wir erheben deinen Namen Diese Ehre und Macht Diese Ehre immer und Macht Wir erheben dich ja Wir verehren dich Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte wehren ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich, du bist unser Gott und König. Dein Name ist so groß, ich bin so groß, Gott. Wir können dir nicht singen, wir können dich nicht preisen. Wir danken dir so sehr, dass wir zu dir kommen dürfen, zum König der Könige, zu unserem Gott, unserem Vater. Wir wollen dir singen, dich anbeten. Und allem, was wir sind. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. O Herr, wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. O Herr, singt, wir erheben dich. 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 O Herr. Yes. Amen. Stimmen would you like to see you? In der Stille find ich dich In der Stille sprichst du zu mir, Herr Du überwältigst mich Die Worte fehlen mir unbeschreiblich Ich will dich anbeten, mein König Dir will ich geben, was du dir von mir wirst Du überwältigst mich Die Worte fehlen mir unbeschreiblich Du bist viel mehr als ein Freund Jesus, du bist mehr als ich Zu sagen von mir Du flößt meine Seele mit Freude Du liebst mich und heilst mich durch Gnade Du lässt mich nie im Stil Du bist viel mehr als ein Freund Jesus, du bist mehr als ich Zu sagen von mir Du führst meine Seele mit Freude Du liebst mich und heilst mich durch Gnade Du lässt mich nie im Stil Du lässt mich nie im Stil Du lässt mich nie im Stil Du bist mehr als ich Und bete ich Jesus Nimm dir einfach kurz einen Moment Und bete Jesus mit deinen eigenen Worten Gib ihm die Ehre Gib ihm die Ehre Sag ihm Dankeschön Und bete Jesus ein Gib ihm die Ehre Gnade 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 Nimm Gnade 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 Alles, was ich will, alles, was ich habe, wege ich vor dich hin, du bist unbeschreiblich. Die Worte fehlen mir, die Worte fehlen mir, unbeschreiblich. Und du bist viel mehr als ein Freund, Jesus, du bist mehr als ich zu sagen. Du bist viel mehr als ein Freund, Jesus, du bist mehr als ich zu sagen. Du bist viel mehr als ein Freund, Jesus, du bist mehr als ein Freund, Jesus, du bist mehr als ein Freund, Jesus. Du bist mehr als ein Freund, Jesus, du bist mehr als ein Freund, Jesus, du bist mehr als ich zu sagen. Amen. Ja, ein wunderschöner Gespräch auch von mir, ihr könnt euch setzen. Herzlich willkommen heute Morgen, herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Und wir möchten diesen Gottesdienst kraftvoll starten und zwar mit Gebet. Da ihr ja alle fleißig Nachrichten guckt, wisst ihr, dass heute in Frankreich die Wahlen sind. Und es geht nicht darum, ob du auf der einen Seite oder auf der anderen Seite bist. Wir wollen einfach heute Morgen beten, dass Gott da mittendrin ist, dass Gott seinen Segen da drauf legt, dass Gott Weisheit schenkt für diejenigen, die jetzt an die Macht kommen. Und wir wollen uns da einfach als Gemeinde zusammentun und vor Gott stehen und für Frankreich und die Wahl einstehen. Und deshalb würde ich euch noch mal bitten, jetzt doch noch mal aufzustehen und ein bisschen Frühsport. Und einfach mit den Leuten, die rechts und links neben euch sind, euch kurz zusammenstellen. Und dass wir einfach für Frankreich beten, für die Wahl beten, dass Gottes Weisheit da reinkommt, dass Gott es einfach segnet und dabei ist. Und ich schließe gleich ab. Ich schließe gleich ab. Ja, Herr, im 1. Timotheus 2, Vers 2 steht, dass wir für die Menschen beten sollen, dass wir für die Obrigkeit beten sollen und dass wir für die Menschen beten sollen, die an der Macht sind und die ein Land regieren. Und das möchten wir jetzt tun. Wir möchten vor dir zusammenkommen. Wir möchten als Gemeinde aufstehen und für Frankreich beten und für die heutige Wahl beten. Wir beten, dass das alles in Frieden abläuft. Wir beten, dass du da reinkommst. Wir beten, dass du denjenigen, die an die Macht kommen, dass du Weisheit schenkst und dass du einfach Segen schenkst. Und wir möchten dir jetzt dieses Land hingeben. Wir möchten dir die Menschen hingeben. Und wir möchten einfach wirklich dafür beten, dass du da bist, dass du deine schützende Hand über dem Ganzen hältst. Und wir geben dir die Zukunft hin. Wir geben dir alle Entscheidungen hin, die getroffen werden müssen. Und wir danken dir, Herr, dass du dieses Gebet hörst. Wir danken dir, dass du da reinkommst. Und wir danken dir, dass du Gutes vorgesehen hast für das Land und dass du wirken wirst. Amen. Okay, jetzt dürft ihr euch wieder setzen. Und jetzt möchte ich zur Kollekte überleiten. Und in die Kollekte möchte ich mit der heutigen Losung einsteigen. Und zwar lautet die, die Losung am 7. Mai ist der Psalm 71,8 und der heißt, lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein, täglich. Und 1. Teche Leniger 5, 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Und das möchten wir tun. Jeder von euch hat ja seine individuelle Art und Weise, dankbar zu sein. Sein eigenes Timing dankbar zu sein. Seine eigenen Worte dankbar zu sein. Aber eins eint uns, was Dankbarkeit Gott gegenüber angeht. Und das ist einfach die Kollekte. Das ist das, was wir in Gottes Reich geben, unsere Finanzen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir möchten einfach Gott das geben, was Gott gebührt. Und nimm dir einfach kurz einen Moment für dich. Schau, was heute Morgen dran ist. Und dann können die Helfer sich langsam vorbereiten. Wer möchte, kann auch mit der EC-Karte da hinten in der Ecke bei der Rosi spenden. Und ich bete jetzt einfach noch dafür. Herr, wir möchten an diesem heutigen Morgen auch Danke sagen für die Kollekte, die dir jetzt eingenommen wird. Danke wirklich für jeden Cent, der zusammenkommt. Und wir möchten ihn wirklich in dein Reich geben. Wir bitten dich, diejenigen, die darüber entscheiden, dass du ihnen Weisheit gibst, dass du ihnen zeigst, was dran ist. Und wir möchten dir einfach danken. Wir möchten dein Reich damit bauen. Wir möchten dich damit groß machen. Wir möchten andere Menschen damit erreichen. Wir möchten Beziehungen intensivieren. Und wir möchten dich einfach loben und ehren damit. Und wir geben dir das jetzt einfach hin und bitten dich, dass du da drin wirkst und dass du dich da drin verherrlichst. Amen. Genau, die Helfer können jetzt einfach rumgehen. Und, ähm, genau. In der Zeit habe ich auch noch zwei Ansagen. Und zwar nächste Woche, Sonntag, ist der 14.05., da ist übrigens auch Muttertag. Und da ist unser nächstes Update. Das wird 12 Uhr nach dem Gottesdienst stattfinden und ihr seid alle dazu herzlich eingeladen. Es geht einfach um den Finanzstatus und die aktuelle Situation in der Gemeinde und die Perspektive. Und der Gemeindeleitung ist es ganz wichtig, dass ihr alle dabei seid, dass ihr informiert seid, dass ihr wisst, was los ist, wie Stand der Dinge ist. Demzufolge seid alle herzlich eingeladen und kommt zu Hauf. Und, ähm, für die ganzen Eltern, kurz die Info, der Kinderchor findet dann nächste Woche direkt nach dem Gottesdienst, also um 12 Uhr statt, und zwar in dem Räumchen hier. Das heißt, ihr könnt dann hier auch ganz entspannt sitzen und zuhören und die Kinder sind versorgt. Und heute, ähm, sind die Kinder zu dem Projekt Kinderchor, äh, zu der regulären Zeit treffen sie sich, aber sie treffen sich auch hier in den Räumen. Genau, und dann noch die Info, dass heute wieder die Backstage-Tour stattfindet. Wenn du Interesse daran hast, das Haus mal kennenzulernen, die anderen Räume kennenzulernen oder vielleicht auch die Geschichte vom Haus und vom CZF kennenzulernen, hast du heute die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst treffen sich alle, die Lust haben, an der Welcome Bar und dann gibt es einfach eine kleine Führung durch das Haus. Also dazu auch herzliche Einladung. Und jetzt möchte ich an Eddie weitergeben. Eddie Dück wird heute die Predigt machen und vielen Dank schon mal dafür, Eddie. Herzlich willkommen bei uns. Schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wow, ihr seid ja richtig wach. Ist ja richtig cool. Normalerweise so am Morgen im ersten Gottesdienst oder überhaupt am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Ich möchte mit einer Story anfangen. Ich war im April in Madrid beruflich unterwegs und auf dem Rückflug ist mir was Ungewöhnliches passiert. Auf dem Weg zum Flughafen, da habe ich noch mit meinen Kollegen gesprochen und habe dann immer so auf die Uhr geschaut und habe gesagt, ich habe noch Zeit, das ist okay. Dann bin ich raus, das war schönes Wetter. Ich habe noch ein bisschen gewartet, dann habe ich das Taxi gerufen, mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, eingecheckt, Security, dann der Flieger war pünktlich, alles gut. Ich steige ein, sitze an meinem Platz und dann kommt das Essen. Es gab einen kleinen Snack und dann passiert etwas, was mir ganz oft passiert. Ich bin recht viel unterwegs im Flugzeug und dann bin ich eingeschlafen. Und es war kein langer Flug, zweieinhalb Stunden, aber ich habe schon bestimmt, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten geschlafen und das habe ich geträumt. Ich habe geträumt, ich wäre wieder zurück im Office, habe dann irgendwie verpasst die Zeit und so weiter und dann bin ich zu schnell rausgelaufen. Irgendwie habe ich dann das Taxi verpeilt oder den Bus oder ich weiß nicht mehr. Jedenfalls habe ich den Flieger verpasst. Und ich stehe da und im Traum, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war es richtig real. Ich stand da so und vor dem Gate und der Flieger verpasst und ich überlege mir den ganzen Tag, oh, ich komme zu spät zu meinem Termin, wieder zurück in Frankfurt, ich muss meine Frau benachrichtigen und ich weiß gar nicht, ob das Ticket so gebucht war, dass ich das richtig wieder umbuchen kann, vielleicht muss ich extra bezahlen und dann wache ich auf. Und ich wache auf und so, oh, ich bin im Flieger, ich sitze da, ich gucke raus, ist alles gut, ist alles schön und ich sage, oh, wow, ja, klasse, oder? Ja, ich war so richtig beschenkt an diesem Moment. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, ob ihr, hey, ich verpasse irgendwas oder ich schaffe das nicht. Vielleicht ist das eine Prüfung, vielleicht ist das auf der Arbeit ein Projekt, irgendetwas und wir denken, wir schaffen das nicht und auf einmal kommen alle Dinge zusammen und es ist eigentlich gut, es ist alles in Ordnung. Ja? So Situationen in unserem Leben gibt es und es gibt natürlich auch die anderen Dinge, wo wir den Flieger verpassen, wo wir den Zug verpassen, wo wir die U-Bahn verpassen, wo wir den Termin verpassen und das gibt es auch. Aber ich möchte mit euch darüber reden, wie es bei uns ist in unserem geistlichen, christlichen Leben und zwar genau diese Geschichte, wie es uns geht, wo wir denken, Mensch, wir verpassen etwas oder wir schaffen etwas nicht und auf der anderen Seite, wo Gott sagt, du hast eigentlich alles, was du brauchst, um die Dinge erfolgreich zu erledigen, erfolgreich über die Bühne zu bringen, erfolgreich in deinem Leben zu sein, im Segen zu leben. Und das werden wir im Rahmen der Predigtreihe, die ihr angefangen habt, machen. Diese Predigtreihe ist mehr, vielleicht können wir das Logo sehen, wenn du es noch nicht eingeblendet hast, Jürgen, mehr. Und der Titel für meine Predigt ist Beschenkt, um zu beschenken. Und der Text, der mir vorgegeben wurde von eurer Gemeindeleitung, und ich finde diesen Text wunderbar, finden wir in 1. Petrus Kapitel 4. Und ich werde nicht nur den Vers lesen, wo es um die Hauptsache geht, über die wir heute reden wollen, sondern ich werde die Verse drumherum lesen, weil ich glaube, es ist immer wichtig zu schauen, wo steht denn dieser Vers, den wir so sehr lieben, über den wir reden, was passiert denn da drumherum? Okay, also 1. Petrus 4, und da fangen wir in Vers 7 bis Vers 11 an, okay? Gute Verwalter der Gaben Gottes, es geht heute um Gaben und die Gaben, die Verhaltensweisen oder die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Das Ende der Welt ist nah, bleibt besonnen und nüchtern, damit ihr beten könnt. Vor allem aber, lasst nicht in der Liebe nach zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne darüber zu klagen. Fördert euch gegenseitig, jeder mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Dann seid ihr gute Verwalter der reichen Gaben Gottes oder der vielen Gnaden Gottes. Denn einer hat die Gabe der Rede, dann soll er Gott durch sein Wort preisen oder durch ihn, durch sein Wort kommen. Denn einer, wenn einer die Gabe der hilfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm gibt. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Zeiten. Amen. Das ist unser Text und wir werden uns besonders Vers 10 anschauen. Fördert euch gegenseitig, jeder mit seiner Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Ich möchte ganz kurz euch einen Einblick geben. Ich habe ja schon meinen Titel verraten, ja, beschenkt, um zu beschenken. Das werden wir uns anschauen. Ich möchte euch verraten, falls ihr euch mittlerweile fragt und mich noch nicht so kennt, wo kommt der Kerl eigentlich her mit seinem Akzent? Moment, ich bin weder aus dem Westerwald, noch bin ich aus Franken. Okay, ich bin ausgewachsen in Zentralasien. Russisch ist meine Muttersprache, daher das rollende R. Zu Hause spreche ich mir über Englisch, weil meine Frau Amerikanerin ist. Und auf der Arbeit bin ich auch sehr viel in Englisch unterwegs, deswegen kommt das, was aus meinem Mund ist, so raus, wie es rauskommt. Okay, und ich möchte einfach sagen, ich bin recht schnell unterwegs. Ich versuche ein bisschen langsamer zu reden, aber das passiert bei mir, weil ich einfach so leidenschaftlich über das bin, was bei mir auf dem Herzen ist und was das Wort Gottes heute zu sagen hat. Also schnallt euch an und ich werde auch, während ich darüber spreche, während ich die einzelnen Punkte bringe und die ganzen Storys erzähle, möchte ich euch sagen, ich werde versuchen, so viel wie möglich auf die Widersprüche in eurem Kopf einzugehen, beziehungsweise auf die Widersprüche, die dann kommen könnten, die ich schon mal von Leuten gehört habe, dazu. Okay, also so viel zu Predigt. Am Ende machen wir noch eine Gebetsgemeinschaft oder das weiß ich noch nicht, was der Heilige Geist tun will, aber schnallt euch an, es wird super gut, weil dieser Text super gut ist und der Heilige Geist, der hier ist, ist auch super gut und er hat euch hier nicht zu Zufall hergebracht. Oder? Ja, ihr könnt nicht jetzt ein Lachsbrötchen beißen, irgendwo bei einem Frühstück. Nein, ihr seid hier, weil der Heilige Geist euch hierher gebracht hat. Und wenn du das erste Mal heute da bist, super Gottesdienst, hier zu sein. Super, dass du da bist, wir freuen uns auf dich und auf das, was du mit uns auch vielleicht nach dem Gottesdienst bewegen wirst. Alright, beschenkt, um zu beschenken. Zuerst schauen wir uns mal das Wort beschenkt an. Meine Überzeugung ist, dass du und ich, jeder Einzelne von uns, hat einen USP. Das ist ein amerikanischer Begriff, der kommt aus dem Marketing und das heißt Unique Selling Proposition. Etwas, was nur du hast. Sagen wir mal zehn Leute und wenn einer rauskommt und sagt dir, das ist das Besondere an mir. Und die Bibel ist ganz, ganz klar darüber. Das, was Gott zu uns spricht, das, was Gott zu uns sagt, du bist einzigartig wunderbar geschaffen, dich gibt es nicht noch einmal. Und die Gabe, die in dir drin steckt, so wie du dir Dinge angehst und so wie du Dinge ausdrückst, so wie du an die verschiedensten Aufgaben in deinem Leben dran gehst, sie sind besonders. Und die Bibel ist ganz, ganz klar und sagt, das ist so. Und klar, wenn du jetzt überlegst, okay, ja klar, aber es gibt andere Leute, die Musik spielen können, ja, so wie David. Aber nicht so wie David. Nicht so, kein anderer haut so auf die Tasten wie er. Ja, es ist so. Auch wenn er die Lieder zusammenstellt, ja, oder wenn er ein Lied schreibt. Wenn du im Office bist, kein anderer hat die gleichen Gedankengänge wie du. Wenn du an eine Aufgabe dran gehst oder deine Kinder erziehst, was auch immer. Es ist immer etwas Besonderes, das ist eine Zusammensetzung aus dem, wie du gemacht hast, deiner DNA, deiner Biografie, deinen Vorlieben, was du gelernt hast und so weiter. Und die Bibel sagt, es ist einzigartig. Und in diesem Kontext sagt es, hört dazu, jeder von euch hat eine Gabe bekommen. Jeder von euch hat eine Fähigkeit, fördert einander mit dieser Fähigkeit. So, jeder hat ein Geschenk bekommen und ich möchte aber, bevor wir darüber sprechen, wie man das macht und wie das vonstatten geht und was es dafür vielleicht Barrieren oder Hürden gibt, möchte ich mit euch darüber sprechen, worauf beruht das eigentlich? Weil das, wenn wir das hier lesen, in verschiedenen Übersetzungen ist das verschieden gesagt, aber hier heißt es, gute Verwalter der reichen Gnaden Gottes. Also man hat eine Gabe bekommen und die basieren auf der Gnade Gottes. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier gebracht habe, das letzte Mal, wo ich gepredigt habe oder nicht, aber ich möchte das mal wiederholen, vergib mir, ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, aber es ist so wichtig, dass wir es verstehen, worauf basiert denn das eigentlich? Und das, was du tust, für, mit Gott, das, was du in seinem Reich einsetzt, und dein Reich ist größer als nur hier dieser Gottesdienstraum, das ist da draußen, wenn du mit deinen Leuten unterwegs bist, wenn du im Urlaub bist oder arbeitest, wenn du zu Hause bist oder schläfst oder was auch immer, das ist alles Gottesreich. Und wenn wir das nehmen, wenn Gott sagt, hey, diese Gaben sollen dort eingesetzt werden, wie ich die gegeben habe, dann basiert das auf der Beziehung zu Gott. Okay, das ist die unterste Wahl. Das ist der gemeinsame Nennernehmer herausfinden kann, die Beziehung zu Gott. Und ich möchte euch mit euch da einen Blick da drauf werfen, ganz, ganz kurz, was das eigentlich bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und warum ich denke, dass wir damit überreich beschenkt sind. Okay, und dafür möchte ich euch ein Wort vorstellen aus dem Alten Testament, und das ist ein hebräisches Wort, das heißt Hesed. Okay, Hesed ist ein Wort, das beschreibt die Beziehung, die Gott mit uns eingegangen ist, den Bund, den Gott mit uns eingegangen ist, heutzutage sagt man auch Vertrag. Und dafür möchte ich euch zurücknehmen, ganz, ganz, ganz lange zurück zu Abraham. Habt ihr den Namen Abraham schon mal gehört? Jawohl, nicken, alles gute Bibelkenner. So, Abraham, er hat ein Versprechen von Gott bekommen, er geht hinaus in eine unbekannte Zukunft. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, hey, ich werde mein Versprechen einlösen. Kannst du nachlesen, 1. Mose, Kapitel 15. Ich werde mein Versprechen zu dir einlösen. Abraham sagt, hallo, ich habe keinen Nachfolger, ich habe keinen Sohn. Und es klappt auch irgendwie nicht. Und Gott sagt, pass auf, wir machen jetzt folgendes, wir machen jetzt einen Vertrag, wir machen jetzt einen Bund. Und es heißt dort, Abraham vertraute Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit anerkannt. Oder deswegen hat es Gott gefallen. Und was dort passiert, Gott sagt zu ihm, hol mir eine Kuh, hol mir eine Ziege, hol mir ein Schaf, hol mir eine Taube. Und dann sollst du sie bitte auseinanderschneiden und eine Hälfte hier hinlegen, eine Hälfte hier hinlegen. Dann weiter, das nächste Tier, dann weiter, wie so ein Tunnel. Okay, das ist ein bisschen eklig für uns. Damals war das nicht eklig, das war eine Agrargesellschaft. Und Abraham wusste sofort, was hier passiert. Weil damals, als die Leute einen Vertrag geschlossen haben, die Leute haben gesagt, wir kaufen ein Stück Land. Oder wir machen eine Vereinbarung über irgendetwas. Dann war das gang und gäbe, dass man gesagt hat, okay, wir machen das, wir zerteilen diese Tiere, wir machen einen Tunnel daraus. Und die Vertragsparteien gehen da durch. Einer geht erstmal durch, dann der andere geht da durch. Und es heißt, wenn du diesen Vertrag brichst, soll es dir so ergehen wie die Tieren. War sehr, sehr ernst. Okay. Als Gott das zu Abraham gesagt hat, hat er gesagt, okay, alles klar, das machen wir dann. Und dann hat Abraham das gemacht und dann schläft er ein. Oder Gott schickt einen tiefen Schlaf über Abraham. Und was dann passiert, ist genial. Gott fährt mit so einem Feuerball mitten da durch, durch diese Tiere und verzehrt alles auf. Das heißt, Abraham hat gar keine Chance, da durchzugehen. Versteht ihr, warum? Weil Gott ganz genau weiß, Abraham wegen seiner Menschlichkeit, einfach er als Mensch wird sich ja nie an diesem Vertrag mit einem heiligen Gott halten können. Und deswegen sagt er, ich bin derjenige, der den Vertrag aufsetzt. Ich bin die eine Partei, die sagt, ich möchte etwas tun. Und ich bin auch die andere Partei, die anstelle von Abraham etwas erfüllt. Und das, Leute, wenn ich mir dieses Bild anschaue und sage, okay, Gott möchte mit uns, so wie mit Abraham, etwas eingehen, einen Bund eingehen. Und er sagt, hey, ich möchte mit dir etwas tun. Ich habe dich für etwas geschaffen. Ich habe dir Gaben gegeben. Und er sagt, mit diesem Wort, mit diesem Wort Hesed, mit diesem Vertrag, mit diesem Bund, sagt er, hey, du bist derjenige, der mit mir etwas eingeht, aber eigentlich bin ich derjenige, der diesen Vertrag erfüllt. Eigentlich bin ich derjenige, der diesen Auftrag gibt, der sagt, komm, lass uns das gemeinsam tun. Und ich gebe dir diese Gaben. Wer hat uns geschaffen? Gott hat uns geschaffen. Wer hat uns die Gaben gegeben? Gott hat uns diese Gaben gegeben. Und er sagt, ich gebe dir das nicht nur, ich beschenke dich nicht nur, ich werde auch dafür sorgen, dass du sie erfüllen kannst. Das ist die Story vom Flugzeug, Leute. Man denkt, wir schaffen das nicht, wir können das nicht. Aber wenn wir von der Beziehung Gottes her denken, dann ist es so, du kannst gar nicht verlieren. Das Ganze wiederholt sich mit Jesus im Neuen Testament. Es ist einfach genau das Gleiche. Jesus kommt und sagt, ich habe euch lieb, ich ziehe zu euch ein, ich komme auf diese Erde. Das ist die Inkarnation. Und er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße, bekehrt euch, kommt her zu Gott. Und dann sagt er, aber ich weiß auch, dass ihr das nicht erfüllen könnt, deswegen sterbe ich am Kreuz für euch. Ich stehe wieder auf und ich verfülle die andere Seite, eure Seite, damit ihr leben könnt. Warum sage ich euch das? Warum ist das so wichtig, das zu verstehen? Weil das ist die Beziehungsbasis. Und dieses Wort Hesed beschreibt das super gut. Und wo kommt das vor? Es kommt überall vor, im Alten Testament, ganz, ganz oft. Ich lese euch mal eine Stelle, wo das sehr markant ist. Das ist Psalm 136. Okay, ich werde nicht die ganzen Psalmen lesen. Ich gebe euch mal einfach nur eine Einleitung, okay? Dank dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Sein Hesed, seine Gnade hört niemals auf. Dank ihm, den Allerhöchsten Gott, seine Liebe hört niemals auf. Dank ihm und so weiter. Dann heißt es, die Sonne um den Tag zu regieren, hat Gott geschaffen, seine Gnade hört niemals auf. Mond und Sterne in der Nacht, seine Gnade hört niemals auf. Und es geht immer weiter, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und dieses Wort, wir sagen in Deutschland Gnade. Die Lutherbibel übersetzt das mit Güte. Aber es ist so viel mehr. Es bedeutet, es ist Langmut, es ist Geduld, es ist Freundlichkeit, es ist Liebe. Und dann heißt es, man erfüllt das zu einem bestimmten Punkt und drüber hinaus. Gott erfüllt das zu einem bestimmten Punkt, wo wir sagen, ja, das ist logisch, das ist rational, das ist okay. Okay, das ist auch normal, wenn man das macht. Aber Gott sagt, und ich erfülle es darüber hinaus. Das bedeutet, ich sage nicht nur, hey, ich komme zu euch und ich liebe euch. Ich werde alles dafür tun, ich gebe mein Leben, damit ihr leben könnt. Und wenn wir das nicht verstehen, ja, dann werden wir auch das mit den Gaben niemals verstehen. Wenn wir diese Sicherheit nicht haben, dann werden wir auch immer wieder zweifeln und sagen, ja, bin ich denn eigentlich dafür berufen, irgendwas zu tun? Habe ich das überhaupt, diese Fähigkeit, wie kann ich das einsetzen, wie kann ich das für Gott einsetzen? Weil das, was hier in der Bibel steht, was wir gelesen haben, derjenige, der eine Gabe zu reden bekommen hat, der soll bitte so reden, als ob Gott durch ihn spricht. Das ist schon eine hohe Verantwortung, oder? Jedes Mal, wenn ich hierher stehe, wenn ich hierher komme auf die Bühne, wenn ich hinter einem Pult stehe, dann ist mir bewusst, das ist eine hohe Verantwortung. Aber wisst ihr was? Gott hat sie mir anvertraut. Das ist meine Gabe. Du hast eine Gabe, die Gott dir anvertraut hat. Und es heißt, du darfst und du kannst, du hast das Privileg, diese Gabe auszuleben anstelle Gottes, hier auf der Erde. Was das bedeutet, wir sind seine Beine, wir sind seine Füße, wir sind seine Hände, wir dürfen das tun, was Gott uns aufgegeben hat. Als ich das das erste Mal verstanden habe, dieses Konzept, diese Beziehung, da war ich ein Teenager. Da habe ich an meiner Tür, damals war ich auch schon recht hoch, so wie jetzt, und genau so auf Augenhöhe, habe ich mir ein Zettelchen gemacht auf Englisch. Damals war Englisch so ein bisschen en vogue, ich wollte Englisch reden und dann habe ich hingeschrieben, dieses Zitat. Jesus, bitte erinnere mich daran, dass heute nichts passieren kann, was du und ich nicht gemeinsam meistern können. So ist das. Und bevor wir nicht diese Sicherheit und diesen Glauben haben, der das aktiviert in uns, werden wir immer wieder hinter Zweifeln fragen, gucken und es wird schwer sein. Wisst ihr, warum das schwer sein wird? Und das weiß der Apostel Petrus, der sagt, hey, wenn jemand etwas tut, wenn jemand anderen Leuten hilft, dann tut das aus der Kraft Gottes. Weil wir es nicht aus der Kraft Gottes tun, wenn wir so viele Bedürfnisse, allein in Frankfurt, mein lieber Schwaben, wenn wir das nur aus unserer Gnade her tun würden, aus unserer Kraft her, dann würden wir Geld schon ausbreiten. Ein Burnout, oder? Da ist sie nicken, natürlich. Wenn wir es aber aus Gottes Kraft tun, wenn wir diese Beziehung verstehen, wenn wir das verstehen, was Gott in uns hineingelegt hat, dann kann es klappen. Jetzt kommt der erste Widerspruch, vielleicht bei euch einigen im Kopf. Einmal habe ich gepredigt, als ich noch eine Gemeinde in Frankfurt hier geführt habe als Pastor, habe ich jeden Sonntag gepredigt. Und nach der Predigt habe ich folgende E-Mail bekommen von jemandem, der diese Predigt gehört hat. Und er hat einiges geschrieben, aber ich lese mal einfach noch vor, was er damals geschrieben hat. Und er hat gesagt, naja, ich komme in die Gemeinde und da steht vorne ein Eddie, der seinen Pult zurecht rückt, freundlich die Gemeinde anstrahlt und sie mit den sympathischen Guten Morgen begrüßt. So weit, so gut, hat sich nichts geändert, oder? Und dann schreibt er aber, da klafft eine Lücke. Eddie auf der Sonnenseite, ich im Schatten, um es mal plakativ auf den Punkt zu bringen. Deine Predigten strahlen oft viel Energie aus und die Energie ist bei mir leider Mangelware. Ich weiß nicht, wenn du dich heute so fühlst. Wir können im Gottesdienst sitzen, wir können uns einfach hinsetzen, wir können sogar die Hände heben, aber innerlich fühlen wir uns leer, innerlich fühlen wir uns ausgelaugt, innerlich fühlen wir uns, das heißt, wir haben überhaupt nichts zu geben, geschweige denn von den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Hier ist, was ich dir zusprechen möchte. A, Prediger sind auch nur Menschen. Deine Gemeindeleitung sind auch nur Menschen, genauso wie du und ich. Und auch wenn von vorne vielleicht Energie projiziert wird und wenn vielleicht ganz viel, auch davon ist Persönlichkeit, Leute. Ganz viel, worauf es ankommt, glaube ich und das ist, was ich gelernt habe. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, möchte ich im Glauben leben oder möchte ich nicht im Glauben leben. Im Mangel drückt man das so aus. Erfolg gehört einem nicht. Erfolg, Segen ist anders, aber Erfolg gehört einem nicht. Es ist, man mietet ihn und die Miete, die muss man jeden Tag bezahlen. Und es ist genau so, ich meine jetzt nicht, hey, oh, wir sind nicht errettet, wir sind errettet, du kommst in den Himmel, Gott liebt dich so, wie du bist, alles. Aber wenn es darum geht, die Gaben einzusetzen und zu schauen, da braucht es Glauben dafür. Glauben, das, was Gott gesagt hat, das, was Gott einem zugestimmt hat, das, was Gott in uns reingelegt hat, dass es wirklich etwas wert ist. Und ich schaue euch an und ich sage euch, es ist wert. So viele Gaben in diesem Raum, das ist unglaublich. So viele Persönlichkeiten in diesem Raum, so viele tolle Biografien in diesem Raum, das ist einfach krass. Und wir können uns jeden Morgen dafür entscheiden, und manchmal ist das schwer, und für mich auch manchmal schwer, zu sagen, hey, heute, Jesus, es gibt nichts, was ich nicht ohne dich tun kann. Und dann geht mal raus und tut das Beste. Widerspruch Nummer zwei möchte ich auch vorlesen, habe ich heute erst rauskopiert aus meinem Facebook-Feed, beziehungsweise auf meinen Messages, ja, ich schreibe mit jemandem hin und her momentan, und er zweifelt so ein bisschen an das, was Gott sagt. Er sagt, hey, füge diese ganzen Sache, meinen ganzen Zweifeln, noch diese Bibelstelle suchet, so werdet ihr finden, oder klopft und an, so wird euch aufgetan hinzu. Scheint ganz gegensätzlich zu den Aussagen über Errettung zu sein. Auch andere Passagen, in denen es über den täglichen Bedarf und gönnliche Unterstützung geht. Aber es scheint, dass nach Ehrlichkeit und der richtigen Taten, die ich trotzdem tue, nur, dass dabei nichts rauskommt. Das System der Welt ist so eingerichtet, um zu betrügen, um das zu nehmen, was man braucht, und jeder, der versucht, nach Gottes Reden zu handeln, endet in einer Sackgasse. Und das sind die inneren Stimmen, die wir auch hören, sagen, hey, wenn ich mir anschaue, wenn ich vergleiche, was die anderen Leute tue, vielleicht auch Leute, die überhaupt nicht an Gott glauben, wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich eigentlich, hey, wir haben es doch viel einfacher. Denen geht das doch gut. Warum soll ich denn meine Gaben nicht nur einfach für mich einsetzen, warum soll ich meine Gaben noch für andere einsetzen? Warum soll ich sie denn überhaupt fördern? Was, warum überhaupt? Und ich möchte dir zurufen und ich möchte dir sagen, dass Gott daran interessiert ist, dein USP, deine Gabe im Glauben an andere zu verschenken. Und wenn wir das tun, wenn wir das im Glauben tun, wenn wir sagen, Gott, ich erfahre das momentan nicht, und ganz viel von unserer Theologie, Leute, ist Biografie, wie haben wir Gott erfahren? Und vielleicht hast du Gott gar nicht so erfahren, aber ich möchte dir sagen, Gott ist anders. Und er hat einen Plan. Auch wenn wir ihn nicht verstehen, und ganz oft in meinem Leben gibt es Dinge, wo ich sage, Gott, ich verstehe das momentan nicht, und ich würde das anders machen. Und Leute, manchmal zwei, drei Tage später sage ich, oh Gott, danke, dass du es so gemacht hast. Manchmal sind das zwei, drei Monate, manchmal sind das zwei, drei Jahre, vielleicht wird das manchmal bei manchen Dingen auch zwei, drei Jahrzehnte sein. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu sagen, Gott, du hast was Gutes für mich im Sinn. Du hast mir eine Beziehung gegeben, und du hast mir Gaben draufgepackt. Und ich vertraue darauf, heute, das, was da rauskommt. Okay? Das ist der erste Punkt, wir sind beschenkt. Und der zweite Punkt ist, um zu verschenken. Da geht es um das Worum. Oder das Worum haben wir ja schon eigentlich beleuchtet, um das Warum. Nicht das Worum, sondern das Warum. Warum sind die eigentlich so beschenkt? Warum haben wir diese Beziehung? Worum geht es denn eigentlich? Und das finden wir auch in unserer Bibelstelle. Wenn einer eine Gabe der Hälfte in der Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm gibt. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Und dann heißt es, damit er verherrlicht wird. Das ist die Zusammenfassung. Damit er verherrlicht wird, dass Gott die Ehre bekommt. Und ich möchte ganz einfach eine Frage stellen, worum geht es in unserem Leben eigentlich? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Überleg mal, was würdest du antworten, wenn dich irgendjemand fragen würde im Zug, auf der Arbeit, deine Nachbarn, deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Freundin, Freundin. Hey, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Worum geht es? Theologen haben das mal so zusammengefasst. Und ich mag diese Zusammenfassung. Und es ist ganz, ganz einfach in einem Satz. Der Sinn des Lebens, der Sinn des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer oder für ewig erfreuen an ihm. Amen. Amen. Ein paar Leute sind richtig darüber. Hey, super, klasse. Aber wenn man das mal überlegt, genau darum geht es. Und was passiert, wenn Gott die Ehre bekommt für etwas? Wenn etwas Gutes passiert, wenn ein Wunder passiert oder wenn mir andere Leute helfen, wenn wir unsere Gabe einsetzen. Und du kennst das. Du hast etwas getan, was total dir Freude gebracht hat. Und andere Menschen sind glücklich. Gott hat die Ehre bekommen. Du hast Freude. Das ist super, das ist der beste Deal. Das ist der beste Deal im Universum. Wenn Gott die Ehre bekommt und du dich darüber freust. Wenn du merkst, hey, das Ding hier, das sind ja gemeint, das habe ich gemacht, das habe ich gebaut, das habe ich aufgestellt, das habe ich konzipiert, das habe ich gemacht. Und dann freuen sich andere Leute. Und diese Leute, sie sind ermutigt. Da bekommt Gott die Ehre und du bekommst die Freude. Das Gleiche passiert bei dir auf dem Arbeitsplatz. Du hast bestimmte Gaben bekommen und wenn du diese Gaben einsetzt, wenn du diszipliniert da dran gehst und das tust und der Chef lobt dich und das Projekt läuft gut oder es wurde Gewinn gemacht, dann merkst du, hey, genau das, das, was du am Ende führst, du bist vielleicht müde, aber du bist glücklich. Kennt ihr das? Du bist müde, du bist ausgelaugt, aber du bist glücklich und du merkst, hey, genau das war es, wofür ich geschaffen bin. Dann bekommt Gott die Ehre, alles, was ihr tut und wir bekommen die Freude. Dafür bist du und ich geschaffen. Und wisst ihr was, hier ist was Krasse da dran. Es gibt einige Studien, besonders in den USA, aber auch andere, die belegen, dass wenn wir uns verschenken, also umzu, wenn wir all das tun, wenn wir Dinge über unser Geben hinaus geben, dass das Hormone freisetzt, Glücklichkeitshormone, Endorphine und verschiedene andere Hormone, die sonst freigesetzt werden, wenn wir lachen und so weiter, wenn wir das tun, dann werden diese Hormone freigesetzt. Gott hat das so angelegt, dass wenn wir nicht nur an uns denken, sondern an andere denken, dass wir glücklicher werden. Und darum geht es. Jetzt möchte ich mit euch einfach so einen, vielleicht einen Widerspruch anschauen und dieser Widerspruch geht folgendermaßen. Und du sagst, ja, ich verstehe das, ich verstehe das, aber du weißt nicht, wo ich momentan gerade drinstecke. Du weißt nicht, was bei mir im Leben vorgeht und um diese Sache, um das zu verstehen, um das zu sehen, weiß ich gar nicht, ob ich das momentan kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kann momentan. Und ich möchte dir sagen, bei mir gab es auch Zeiten in meinem Leben, wo ich innerlich so wund war, wo ich innerlich so aufgerieben bin, wo ich merke, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die habe ich nur teilweise erreicht. Und wo das so schwer ist, das zu sehen oder das als Wahrheit anzunehmen. Und dann merke ich, da passieren zwei Dinge. Entweder, ich lasse mich wieder zurück auf Gottes Wort ein oder Gott lässt mich. Und dann sagt, hey, du kannst das machen. Und ich versuche das einfach mal zu sagen, hey, vielleicht kann ich auch einfach mal schlecht drauf sein. Am Ende des Tages, am Ende des Tages, wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht in Gottes, in Gottes Geschenk für mich lebe und in dieser Beziehung lebe, da fühle ich mich leer. Da fühlst du dich leer. Weil du ganz genau weißt, du bist für etwas Größeres bestimmt. Du bist für etwas bestimmt, was da drüber hinausgeht. Und ich möchte dir dann zurufen, zu sagen, hey, mit all dem, was du kannst, du sagst, Gott, ich schaffe das momentan nicht, aber ich vertraue dir trotzdem. Es gibt so viele Psalmen, wo der Psalmist das nicht versteht, wo er nicht sagen kann, hey, deine Gnade, deine Güte, dein Hesed wert für immer. Aber er sagt trotzdem, auch wenn ich das nicht sehe, will ich dich preisen. Auch wenn ich das nicht sehe, will ich das tun, was du mir sagst. Und auch das hat mit Glauben zu tun. So, jetzt gehen wir da dran, beschenkt um zu, was ist das nächste Wort? Verschenken. Und jetzt geht es um die praktischen Sachen. Jetzt geht es um die Dinge, die wir konkret tun können und wie wir herausfinden können, was habe ich denn eigentlich bekommen? Was habe ich denn eigentlich für Gaben? Wer von euch hat schon mal einen Persönlichkeitstest gemacht? Hände hoch. Ein paar für euch. Wer von euch hat schon mal einen Gabentest gemacht? Hände hoch. Ein paar für euch. Okay. Okay, alright. Alles klar. Also, hier heißt es, hey, Liebe zueinander, wenn du was bekommen hast, fördern einander mit Gaben und so weiter. Und ich möchte das in zwei verschiedene Kategorien einteilen und von zwei verschiedenen Dingen das beleuchten. Nummer eins, es gibt bestimmte Dinge, die egal, ob was in deinem Gabentest rausgekommen ist und egal, was in deiner Persönlichkeit rausgekommen ist, die kann jeder tun. Jeder kann das tun, die goldene Regel. So wie du willst, dass Leute mit dir umgehen, so gehst du auch mit anderen Leuten um. Okay? Und das sind zufällige Dinge, die einem kommen, wo wir sagen, okay, das mache ich. Jemand sitzt in der Bahn, jemand kommt rein, man steht auf. Klar. Oder? Selbstverständlich. Man hält jemanden die Tür auf, all das. Das sind verschiedenste Dinge, die kann jeder von uns tun. Und die sind wichtig. Und dann gibt es bestimmte Dinge, da sind manche Leute richtig gut da drin. Manche von euch sind richtig gut da drin, Komplimente zu geben. Die haben kein Problem, irgendwelche Karten zu schreiben, auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, du hast das richtig gut gemacht. Das ist eure Gabe, macht das. Andere von euch, die haben es mit Worten nicht so drauf, aber die können richtig gut backen. Und wisst ihr was? Ein Kuchen an einen Samstag oder Sonntagnachmittag, der einem geschenkt wurde, einfach mal so, aus Zufall, der kann so richtig ermutigen. Das ist so. Ja? Und ich weiß einmal, ich habe mit jemandem mal ein Treffen gehabt und ich habe gesagt, hey, ich bleibe nach dem Treffen noch da, ich versuche mal meine Gedanken aufzuschreiben und so weiter. Ich habe gesagt, alles klar, ich gehe jetzt, tschüss. und dann kommt auf einmal die Frau, die da dort uns bedient hat und die kommt auf uns zu und kommt auf mich zu und bringt mir einen Kaffee. Ich habe aber keinen Kaffee bestellt, ich habe kein Geld mehr. Sagt er, oh, der Herr, der gerade eben mit Ihnen hier am Tisch gesessen hat, der hat nicht nur die Rechnung bezahlt, der hat nochmal einen weiteren Kaffee bezahlt und hat gesagt, wenn Sie Kuchen möchten, kann ich Ihnen auch bringen. Wow! Man kann andere Leute mit ganz, ganz kleinen Dingen ermutigen, auszufallen, einfach, wenn man es sieht, wenn man da drauf achtet. Jeder von uns kann das tun. Und dann gibt es bestimmte andere Gaben, die in uns reingelegt worden sind. Und diese Gaben, das ist etwas, was tiefer geht. Das ist etwas, was darüber hinausgeht, wenn wir sagen, hey, das ist etwas, was ich tun kann, aber es ist etwas, was mich zutiefst bewegt und was mich nicht loslässt. Und diese Gabe kannst du rausfinden oder das kannst du rausfinden, indem du hingehst und einfach mal schaust, schau dir mal eine Woche lang die Nachrichten an. Oder ganz, ganz bewusst, hör mal an, wenn Leute darüber sprechen, was schwer ist für sie. Oder in deinem Umfeld, was nervt dich, was bringt dich richtig auf die Palme, was bringt dir so ein bisschen die Glut in dir vor, was deine Leidenschaft, hey, das ist ein Zustand und der kann nicht länger so bleiben. wenn es diese Dinge gibt, wenn es diese Dinge gibt in dir, wenn du das merkst, wenn es etwas drin ist, was ganz tief in dir drin ist und merkst, hey, das kann ich nicht abschütteln, das ist etwas, was dich zutiefst bewegt und da geht es um Gerechtigkeit meistens. Da geht es um etwas, was nicht richtig ist in dieser Welt. Da geht es vielleicht auch um Sünde in dieser Welt. Und wenn du das hast, wenn du das noch nicht rausgefunden hast, was das ist, dann möchte ich dich bitten, find das mal raus, was dich wirklich, wirklich bewegt. Das kann sein, dass es kranke Kinder irgendwo in einem Dritten Weltrand sind. Und jedes Mal, wenn du das anschaust, dann geht dir das nicht nur nahe und du beweist nur mal was, sondern sagst, hey, eigentlich müsste ein Mann da mal was tun. Vielleicht ist es genau die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Da hat etwas zu tun. Und dann zu schauen, was kann ich da eigentlich gut? Vielleicht ist es eine Spende, vielleicht ist es eine freiwillige Mitarbeit. Vielleicht ist es etwas zu schreiben, einen Blog darüber anzufangen. Vielleicht ist es eine Party zusammen zu organisieren, einen Informationsnachmittag oder was auch immer. Vielleicht nervt dich, dass bei deinem lokalen Spielplatz die Spielgeräte kaputt sind. Find doch mal raus, wie man das wieder in Ordnung bringen kann. Und dann kommt deine Gabe zum Einsatz. Es gibt etwas, dein USB, dein besonderes Ding. Die Leute werden sagen, ja, warum, 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 warum beschäftigt das so, Sascha? Ich kann nicht anders. Und das, was ich tun kann, das werde ich geben, um dieses Problem zu beheben. Das sagt die Bibel hier. Die sagt, fördert einander. Wenn wir hier in der Gemeinde drin sind, fördert einander. Und wenn man das sieht, wenn du siehst, hey, der eine hat ein Projekt angefangen, und du sagst, hey, das kannst du richtig gut, dann sag ihm das mal. Dann sag ihr das mal. Dann geh mal vielleicht mal da dran und versuch das mal wirklich zu sehen, was die anderen Leute tun. Und sag, hey, wie kann ich dich damit unterstützen? Und wenn du sagst, ich bin noch ganz am Anfang und ich habe noch keinen von diesen Tests gemacht, ich weiß auch gar nicht, wo ich bin, weißt du, was du machen kannst? Du kannst das einfach mal ausprobieren. Und dann kommt diese Zufallssache mit rein, da kommt aber auch das andere mit rein. Ja, das, was vielleicht dein Leben verändern wird für Jahre und weitere Jahre. Und wie du das rausfinden kannst, ich habe letztens mit einem Arbeitskollegen gesprochen und er hat mir folgende Geschichte erzählt. Er ist in Kanada aufgewachsen, auf einer Insel, Prince Edward Island. Das ist an der Ostküste von Kanada. Es ist eine kleine Insel, ich war da schon mal und ich habe ihm gesagt, hey, da, wo du aufgewachsen bist, da bin ich zweimal bei meinem Urlaub im Schlamm stecken geblieben mit dem Auto. Das war im März, das war alles nass und ich bin einfach da hingefahren, wo ich nicht hinfahren sollte, musste wieder rausgezogen werden. Und dann hat er gelacht, dann hat er gesagt, weißt du was, mein Freund und ich, zu dieser Touristenzeit, da haben wir uns mal einfach hingestellt, eine Kreuzung, da, wo wir wussten, da ist ganz viel Schlamm, mit einem großen Pick-up-Truck und haben Kaffee getrunken, haben gewartet, bis die Leute da stecken bleiben und dann sind wir rausgestiegen und nachher sollen die rausziehen. Ist das nicht cool? Wo ist deine Kreuzung? Wo ist dein Pick-up-Truck? Wo ist der Freund oder die Freundin, die mit dir daneben drin sitzt und sagt, hey, lass uns aber mal sitzen, hier werden wahrscheinlich Leute Hilfe brauchen, und wir werden denen helfen. Das ist gar nicht so schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Man muss einfach nur die Augen aufmachen und sehen, okay, da gibt es so viele Leute, die Hilfe brauchen und du hast die Gabe, die genau da helfen könnte. Und das andere ist einfach, einfach mal auszuprobieren und einfach nicht mal darauf einzulassen, was kommt. Ich weiß noch, als ich in der Gemeinde geleitet habe, da hatten wir einen richtig evangelistischen Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde. Er hat überall von Jesus erzählt. Dann war er einmal bei seinem Zahnarzt oder bei einem Arzt, ich weiß nicht mehr, in einem Wartenzimmer, da sind die ins Gespräch gekommen, diese Dame, und die Dame war recht offen, er hat sie zum Gottesdienst eingeladen, sie ist zum Gottesdienst gekommen, hat sich herausgestellt, sie ist Alkoholikerin. Und es gibt verschiedene Arten von Leuten, die auf verschiedene Arten damit umgehen. Sie war für eine Zeit lang, war sie trocken, war alles nüchtern, war alles gut und dann hat sie wir da richtig so erwischt. Und sie ist dann immer wieder in die Gemeinde gekommen zu uns und ich kannte sie und wir haben sie einfach geliebt. Und manchmal war das nicht einfach, weil sie einfach manchmal betrunken zum Gottesdienst gekommen ist. Wir haben gesagt, wir lieben dich, Liebe deckt viele Vergehen zu. So, und eines Tages abends um 8 Uhr klingelt es an meiner Tür. Ich weiß nicht, wie sie meine Adresse herausgefunden hat. Sie war sturzbesoffen, Leute. Sie war betrunken und es steht jemand neben dir und sie hat gesagt, ich habe diese Dame vielleicht 200, 300 Meter weiter gefunden. Das Einzige, was sie sagen konnte, ist diese Adresse. Und das Problem war, wir haben damals drei Kinder gehabt und zwei von ihnen hatten Magen-Darm. Ich sage, okay, ich wusste nicht, was ich machen soll, komm rein. Und dann war sie, ich weiß nicht, wo sie wohnt, ich habe keine Ahnung. Okay, dann übernachten sie halt bei uns. Und ich sage euch Leute, das war eine sehr interessante Nacht, weil irgendwann mal wurde sie nüchtern, da wollte sie essen. Ihr wisst, wenn nach Alkoholkonsum, dann hat man auf irgendwann mal richtig heiß Hunger und mal was salziges essen. Sie steht da vor dem Kühlschrank, meine Kinder, ich erspare euch mal die Details. Und in der Nacht ist uns die Waschmaschine kaputt gegangen. Das weiß ich noch, das war richtig krass. Und es war überhaupt nicht einfach in dieser Zeit, die Gabe der Barmherzigkeit, die wir als Familie bekommen haben, dieses Seid gastfreundschaftlich zu einander umzusetzen. war überhaupt nicht einfach. Aber es hat sich 100% gelohnt. Warum? Weil diese Frau Christen, Menschen als liebend erfahren hat. Und darum geht es Petrus. Er sagt hier im nächsten Vers, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch kommen wird. Das war wie ein Feuersturm, das war wie eine harte Probe für mich und meine Familie, für meine Frau, für alle Beteiligten. Aber wisst ihr was? Es hat sich gelohnt, weil dadurch Liebe in die Welt gekommen ist. Weil dadurch Gott verherrlicht wurde und ultimativ, ja, ultimativ habe ich dadurch Freude bekommen. Das ist der beste Deal. Freude, Gott verherrlicht und das Reich Gottes wächst. Und ich möchte euch, ich möchte euch herausfordern, und ich möchte euch bitten, bitte, 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 bitte. Du hast ein USP. Keiner würde dich hier so aufmachen wie du. Keiner würde jemanden einladen, so wie du. Keiner würde die gleichen Worte reden im Café, so wie du, ermutigend oder prophetisch, wie auch immer. Ich möchte euch einladen, euch damit auseinanderzusetzen, was würde es bedeuten, meine Gabe hier zu präsentieren. David, ich möchte dich kurz nach vorne bitten, vielleicht finden wir hier einen kurzen Abschluss. Ein Widerspruch, der dann immer wieder kommt von Leuten und auf den ich heute eingehen möchte, ist folgender. Was ist, wenn du das getan hast und das Ganze ist nicht gut gegangen? Was ist, wenn du das getan hast, wenn du deine Gabe eingesetzt hast und du hast Schmerz erfahren? Du bist richtig auf die Nase gefallen. Ich kann mich erinnern, einmal Leute, da war ich zwölf Jahre alt, zwölf, nee, 13 oder 14 Jahre alt, war mein erstes Mal, als ich auf der Bühne stand in einem Weihnachtsgottesdienst. Meine, meine, mein Jugendleiter hat mich da richtig so gecoacht, ja, und er hat gesagt, hey, so machst du ein Outline, so bereitest du dich vor. Weihnachtsgottesdienst, propo voll und es war eine richtig konservative Gemeinde. Wenn du nicht weißt, was konservativ ist, sind Leute, die die Bibel wirklich ernst nehmen sogar ein bisschen weiternehmen und sie lachen nicht, die Leute, sie lächeln auch nicht. Gottesdienst, wir sind da, wir sitzen in einer Gemeinde und ich habe, ich habe vorher alles auswendig gelernt und ich habe meinen Zettel, bevor ich zum Gottesdienst gegangen bin, ich weiß das alles, ich kann das alles und ich habe ihn bei mir auf den Schrank geworfen. 14 Jahre alt, komm hin, Weihnachtsgottesdienst, alle stehen da und ich, ich komme vor das Mikrofon und ich bin wie starke Frauen und all die ganzen Leute und die Universität und mein Adrenalin und alles und ich bringe so die ersten paar Dinge raus und dann sage ich was, was bei mir im Kopf durchgeht, das Einzige, was ich sagen kann, ich sage, Mama Mia, bin ich aufgeregt und alle Leute, sie sollen es nie in einem Gottesdienst lachen, lachen, aber nicht aus Humor, sondern sie lachen über mich. Ich habe noch ein paar Worte zustande gebracht, habe das ganze Ding so richtig in den Sand gesetzt, habe mich in die erste Reihe in meinen besten Freund gesetzt und gesagt, hey, ich habe es richtig versaut, sagt er, ja, du hast es versaut. Leute, wisst ihr, was ich mir damals geschworen habe? Ich habe gedacht, ich werde nie, nie, nie wieder auf der Bühne stehen. Und als ich damals schlafen gegangen bin, ich weiß noch, und jetzt gebe ich so ein bisschen mein Alter raus, ich habe meinen Walkman reingemacht, meine Kassette, der ins Walkman reingemacht, das erste Lied, was kam. Ich habe damals eine Gruppe gehört, eine deutsche Gruppe, das war frei, ging so, was auch passiert, geh deinen Weg, dreh dich nicht um, bleib nicht stehen, was auch passiert, geh deinen Weg, wenn du es willst, wird Gott mit dir gehen. Wenn du auf die Nase gefallen bist, indem du anderen Leuten versucht hast zu helfen, wenn du auf die Nase gefallen bist, weil du dein Herz ausgeschüttet hast und Leute sind da drauf rumgetrampelt, dann möchte ich dir sagen, du hast eine Gabe bekommen von Gott. Was auch passiert, geh deinen Weg, dreh dich nicht um und bleib nicht stehen. Was auch passiert, geh deinen Weg, wenn du es willst, wird Gott mit dir gehen. Am Ende würde ich euch noch eine Frage stellen, eigentlich sind das zwei Fragen, wenn nicht wir, dann wer? Und wenn nicht jetzt, dann wann? Wenn nicht wir, dann wer? Wenn nicht du, dann wer? Wenn nicht jetzt, dann wann? Wann fangen wir an? Wir haben keine zweite Chance für ein Leben hier. Das ist nicht eine Probe, das ist die Hauptdarstellung, Leute. Und wenn wir nicht damit anfangen, unsere Gaben, die Gott uns zu reich gegeben hat, auf der Basis von seiner Beziehung auszuleben, wer dann? Wer wird unsere Nachbarn segnen? Wer wird unseren Kollegen davon erzählen? Wer wird in die Mission gehen? Wer wird predigen? Wer wird seine Gaben einsetzen im Reich Gottes im Hintergrund, damit er verherrlicht wird? Wenn nicht wir, dann wer? Wenn nicht jetzt, dann wann? Und stellt euch mal vor, stellt euch einfach mal vor, wenn wir das tun würden. Wenn du und ich das noch mehr tun, wenn wir unsere Gaben entdecken und sie einsetzen, egal, was Leute darüber sagen, egal, ob es weh tut oder nicht, wenn wir Gott in Glauben investieren, wisst ihr, was dann passieren wird? Unsere Welt wird anders aussehen. Deine Beziehungen werden anders aussehen. Dein Arbeitsplatz wird anders aussehen. Deine Nachbarschaft, deine Familie, all das wird anders aussehen. Es wird sich verändern, weil du im Glauben deine Gaben eingesetzt hast. Du hast gesagt, ich möchte andere fördern, ich möchte mich selber fördern und wie möchte ich dir das im Glauben tun. Und ich möchte ein Wort an die älteren Geschwister hier richten. Manche von euch, sie sind schon ein bisschen älter. Und möchte sagen, hey, egal wie viel Zeit noch übrig geblieben ist, es ist egal wie viel Zeit, wenn du sagst, hey, bei mir ist es ja, wir sollen jungen Leute machen. Nee. Egal, ob es ein Jahr ist, zehn Jahre, zwanzig, dreißig, egal wie viele Jahre wir haben, Gott möchte dich und deine Gabe. Er hat sie dir gegeben, du hast ein USP. Und dieses USP, das kannst du raus in die Welt geben, egal wie alt du bist. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, genau das zu tun, heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, genau, wenn nicht ich, dann wäre, ich bin hier Gott. Ich bin da, meine Gabe einzusetzen. Ich möchte sie herausfinden, ich möchte sie, ich möchte lernen, sie noch besser herauszufinden, sie einzusetzen. Und ich möchte das jetzt tun, ich möchte heute einen Schritt da in diese Richtung tun. Und wenn du das tun willst, dann möchte ich dich einfach bitten, da wo du jetzt stehst, Gott sieht dich, Gott sieht dein Herz, er kennt deine Biografie, er weiß, wo du gerade stehst. Wenn du das tun willst, dann heb einfach deine Hand, damit ich für dich beten kann. Heb jetzt deine Hand. Hände sehen überall, gehen Hände hoch. Heb deine Hand und halt sie hoch. Halt sie hoch, als ein Zeichen für Gott, als ein Zeichen für den Heiligen Geist. Heute tue ich diese Entscheidung. Heute nehme ich diese Entscheidung wahr. Heute entscheide ich mich. Ich möchte meine Gabe einsetzen. Ich möchte andere fördern. Ich möchte rausgehen und Gottes Reich verherrlichen. Herr Jesus, und ich bin überzeugt, da wo jetzt die Hände hochgehen, da hast du Berufung reingelegt. Da hast du, da hast du Gaben reingelegt. Da hast du Besonderheiten reingelegt. Da hast du Fähigkeiten reingelegt. Und wir setzen sie jetzt frei im Namen Gottes. Wir setzen jetzt Visionen frei im Namen Gottes. Einige von euch sind dafür berufen, Businesses zu leiten, Geschäfte zu leiten. Einige von euch sind dafür berufen, in Missionen zu gehen. Und in dieser Mission einen Unterschied zu machen. Ob das hier in Deutschland ist, vollzeitlicher Dienst oder nicht, weiß ich nicht. Aber einige von euch sind dafür berufen, einen Unterschied vollzeitlich im Reich Gottes zu tun. Ich segne euch. Ich setze jetzt diese Berufung frei. Der heilige Geist ist jetzt da. Möchte mit dir im Zweiglein das tun. Jesus, komm. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns. Herr, ich weiß nicht, auch da wo vielleicht Schmerz ist, da wo vielleicht Bitterkeit reingekommen ist, setzt du uns frei davon, Herr. Gib uns Liebe, heiliger Geist. Wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft. Du kannst es tun, Herr. Und aus deiner Kraft wollen wir Gaben entdecken. Basierend auf der Beziehung, Herr Jesus. Dein Segen heute auf jeden Einzelnen von uns. Danke, Herr. Von Herzen danke, Jesus. Du sagst, der, der bittet, dem wird gegeben. Der, der anklopft, dem wird aufgetan. Und wir kommen vor dich. Und wir im Glauben heute. Und wir investieren diesen Glauben. Wir legen ihn frei für dich, Herr. Und wir sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dann ist das reich und die Macht in Ewigkeit. Amen. Amen. War ein Privileg, euch dienen zu können. Vielleicht können wir Gott noch einen Applaus geben für das, was er heute Morgen getan hat. Yes, Lord. Thank you. Danke, Herr. Gott segne euch als Gemeinde. Gott segne euch als Individuen. Alles Gute und einen schönen Sonntag. Bis bald. Dürft euch nochmal setzen. Eddie, vielen, vielen Dank für dein Wort. Das war echt stark. Und ja, Hammer. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn sich jeder von euch heute vielleicht nochmal ein bisschen Zeit nimmt und das sacken lässt, weil da war so viel Input drin und manchmal muss man einfach nochmal über die Dinge nachdenken. Und falls es dir so geht wie mir, dass es so viel ist, dass man das irgendwie gar nicht alles fassen kann, man kann sich die Predigten auf der Homepage immer auch nochmal angucken. Also das ist nochmal gut, um einfach das nochmal zu hören und vielleicht nochmal neu Dinge rauszuziehen. Genau, jetzt möchte ich noch eine besondere Personengruppe begrüßen und zwar diejenigen, die heute das erste Mal in der Gemeinde sind. Wir haben einen kleinen Willkommensgruß für euch. Genau, und den möchten die Helfer euch gerne übergeben. Also wenn du heute das erste Mal da bist, wäre es ganz toll, wenn du kurz deine Hand heben könntest, weil dann können die Helfer dir eine kleine Tüte überreichen. Ist jemand heute das erste Mal da? Nein? Okay, dann nicht. Dann habe ich noch eine Ansage und zwar nächster Sonntag haben wir wieder Gottesdienst und da ist das Thema Geschaffen für mehr Freiraum schaffen. Also ihr könnt gespannt sein, was da wieder für Worte, für Gedanken für euch bereit sind. Und jetzt möchten wir nochmal das Abschlusslied zusammen singen. Steht alle auf, dass wir Gott einfach nochmal loben und ehren können zusammen. Ja, ich möchte euch... War das zu kurz? Danke. Ich möchte euch auch gerne noch etwas mitgeben für nach Hause. Es hat was mit dem letzten Lied zu tun. Ich danke auch sehr für die Predigt. Ich war wirklich sehr, sehr ermutigend. Und vielleicht ist dem einen oder anderen doch mal auch so eine Bürde auf dir. Oh Gott, was sind denn meine Gaben? Wie soll ich die alle einsetzen? Und da möchte ich einfach antworten, das, was Jesus auch gesagt hat. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern schon Gutes zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater euch den Heiligen Geist geben, denjenigen, die ihn bitten. Und tut das alles im Heiligen Geist, fragt ihn, was sind meine Gaben? Was soll ich dafür tun? Ich kann euch garantieren, ich würde euch Antwort geben. Und nehmt diese eine Sache heute mit, dass Gott ein guter Vater ist. Amen. 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 Es gibt so viele Stimmen, die sagen, wie du bist. Doch ich kenn ein sanftes Flüstern in Mitten der Finsternis. Du sagst, dass du dich an mir freust, so dass du mich nie verlässt, so ein guter Vater. Das bist du, das bist du, das bist du, ich bin von dir geliebt, das bin ich, das bin ich, das bin ich, so viele Menschen suchen nach Antwort dort und hier. Doch alles, was wir suchen, die Antwort finden wir bei dir. Du weißt längst schon, was uns wird schon bevor, wir zu dir fliehen, so ein guter Vater. das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, ich bin von dir geliebt, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Liebe, Liebe, die mich staunen lässt und mich sprachlos macht, Friede, unbeschreiblich tief mehr als ich gehe, versteh immer tiefer, rufst du mich hin zu dir, mir, die hier so ein guter Vater. Das bist du, das bist du, das bist du, ich bin von dir geliebt, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Du bist Liebe und vollkommen gut, du bist Liebe und vollkommen gut, du bist Liebe und vollkommen gut zu uns, so ein guter Vater. Das bist du, das bist du, das bist du, ich bin von dir geliebt, das bin ich, das bin ich, das bin ich, so ein guter Vater. Das bist du, das bist du, das bist du, ich bin von dir geliebt, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Du bist Liebe und vollkommen gut, du bist Liebe und vollkommen gut, du bist Liebe und vollkommen gut, so ein guter Vater. das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Amen. Einen schönen Sonntag und habt noch gute Gemeinschaft.